Musik 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 Applaus Applaus Zum 5. Konzert der Reihe Zugabe eine Retrospektive. Das ist eine Reihe von Jazz am Helmholtzplatz, zu Gast im Haus der Sinne. Heute Abend hören wir die Band Movie Music, die ich sofort vorstelle. Vorher bedanke ich mich noch einmal bei der Senatsverwaltung für Kultur und Europa Berlin. für die Förderung und natürlich auch beim Haus der Sinne, Uwe Berndt und sein Team für das Streaming. Und nun zur Band von heute Abend. Wir haben am Klavier Soran Terzitsch, am Cello Johannes Fink, Bassklarinette Rudi Mahal und am Schlagzeug Jan Leibniz und heute auch mit Live-Publikum. Sehr aufregend. Viel Spaß. Jan Leibniz am Schlagzeug. Musik 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 Amen. 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 Musik 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 Applaus 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 Dankeschön, jetzt spielen wir ein Stück, das heißt Kleiner Bubu. Also, der stirbt am Anfang des Stückes, am Ende lebt er wieder auf. Das ist die Idee. Musik 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 Ja, das war schon das Ja, das war eben der kleine Bubu, nicht der große Den haben wir jetzt keine Zeit zu spielen Wir müssen ja um neun aufhören, ja? Jetzt haben wir 43, ja, da können wir noch zwei Stücke spielen Gut, das nächste heißt Topkapi Also wir machen jetzt eine kurze Werbeunterbrechung Ja, das ist mir zu kompliziert Hast du die Bestellnummer aus? Ja 739 72519 DCC Äh? Das ist mir zu erinnern, ja? Die Bestellnummer sind Und hier, ja, da kann ich zuerst ich hab mir zu drücken, aber Ich habe sie über die Hände in die Hände in die Hände in die Hände und ich habe sie über das Ich habe ein bisschen gehört Zwischen Es wird eine sehr, sehr gute Das ist mir zu dem Motiv em die Hände in die Hände in die Hände in der Hände in den Hände Das ist mir sehr vangetragen Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.